Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto & More, heute endlich wieder mal zu dritt hier am Start. Herzlich willkommen René, schön, dass du mal wieder Zeit gefunden hast. Hallo Leute, freut mich dabei zu sein auf jeden Fall. Ja, schön, dass du endlich wieder echt mal dabei bist. Also wir hatten jetzt glaube ich, jetzt muss ich überlegen, drei, vier Folgen, wenn wir das jetzt aufgenommen haben, müssten jetzt glaube ich noch rauskommen, die ich nur mit Benji aufgenommen habe. Natürlich auch herzlich willkommen Benji, ich will dich hier nicht vergessen. Hallo, jetzt bin ich entsetzt von meiner Unpünktlichkeit. Nee, du hast Urlaub, wir haben dich gut vertreten und wir haben es ja begründet damit, dass du Urlaub hattest und eigentlich gar keinen Bock auf uns hattest. Aber das haben wir jetzt nicht gesagt, das erfahrt ihr jetzt in der heutigen Folge. Nee, Spaß. Nee, Urlaub sei mir gegönnt. Ehrlichkeit muss sein. Richtig, Urlaub muss auch sein, das haben wir ja auch gesagt, also kein Stress. Wir versuchen es natürlich immer so gut wie es geht, einfach zu dritt aufzunehmen. Jetzt hat es sich zum Glück endlich mal wieder angeboten. Und ja, wir haben die letzten Wochen eigentlich ein paar gute Themen rausgelassen. Also ich glaube, letzte Woche müsste dann die Rentenfolge rausgekommen sein, wo ich mich ein bisschen reingesteigert habe. Aber die auch meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr informativ war. Und heute haben wir ein relativ cooles Thema und zwar Strukturen und Tagesablauf. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da du jetzt die letzten Wochen nicht dabei warst, René, würde ich einfach mal sagen, du beginnst mal so ein bisschen. Hast du selber Strukturen oder hast du so einen geregelten Tagesablauf? Erzähl doch einfach mal ein bisschen. Ja, ich würde sagen, schade, dass ich in der letzten Folge nicht dabei gewesen bin. Rententhema wäre auch super für mich gewesen zum Aufregen an der Stelle. Aber Strukturen und Tagesabläufe ist eigentlich ein super Thema. Ja, schade. Finde ich auch schade, dass du nicht dabei warst, weil ich konnte dazu gar nichts sagen. Mir war langweilig, ich habe gedacht, wäre René bloß dabei gewesen. Egal. Passiert. Nee, aber Strukturen und Tagesabläufe, sehr, sehr interessantes Thema an der Stelle auch für mich, weil ich baue mir aktuell welche, ich strukturiere das bei mir alles so ein bisschen um, wie ich das so ein bisschen haben möchte, denn es ist ein wirklich ganz, ganz anderes Maß an Verantwortung, wenn man sich seinen gesamten Tag von A bis Z einfach selber strukturieren muss. Im Vergleich dazu, als wenn man halt nun mal arbeiten geht oder zur Schule geht, da hat man so einen klar strukturierten Tagesablauf immer schon vorgegeben. So ein klares System, nach dem man arbeitet und fährt. Und im Grunde kann man das auch sehr, sehr gut mit dem Trading einfach verbinden, weil beim Traden kann man auch klare Systeme bauen, die man halt einfach fährt, die man abspult beim Traden. Und im Tagesablauf ist das dasselbe. Ich baue mir aktuell einen schönen Tagesablauf zum Beispiel. Ich lese aktuell das Buch Denk nach und werde reich. Und da lese ich aktuell jeden Tag ein Kapitel. Und in einem Kapitel wird auch so ein bisschen beschrieben, dass man sich morgens und abends quasi seine Ziele so im Kopf einmal ein bisschen vorsagen soll. Am besten auch komplett betont mit Emotionen und allem. Und daran versuche ich mich aktuell regelmäßig ein bisschen zu halten. Klare Strukturen auch natürlich bei meinen YouTube-Videos. Regelmäßig um 9 und um 11 Uhr kommt ein Video online. Na gut, ich bekomme es noch nicht immer getimt, das Ganze zu denselben Zeiten aufzunehmen. Aber meine Güte, mein Ziel ist es jetzt noch regelmäßig Sport zu integrieren in meinen Tagesablauf. Und ansonsten splitte ich meine Zeiten so ein bisschen. Nachmittags ist meistens so ein bisschen Family Time. Morgens ist so ein bisschen Arbeitszeit vormittags, wenn Frau halt natürlich auch Arbeiten ist. Und dann hat man auch seine klaren Strukturen so ein bisschen. Aber gut, dass du das Buch ansprichst. Ich meine, wir hatten ja vorher, ich weiß nicht, Benji, ob du es auch gelesen hast. Think and Grow Rich. Für alle, die da draußen das Buch auf Englisch oder ist ja eigentlich der englische Titel dazu. Müsste mit so das bekannteste Buch, oder es wird ziemlich am Anfang überall empfohlen. Auch wenn ich mich am Anfang überhaupt nicht damit beschäftige, aber das Buch kann ich auch nur empfehlen. Okay. Wo am Anfang? An welchem Anfang wird es empfohlen? Vor allem, wenn du dich einerseits mit dir selber beschäftigen willst. Und vor allem auch, wenn es, ja, ich sag mal, wenn du dir ein eigenes Business oder sowas aufbauen willst. Oder halt versuchst, du die Richtung einzuschlagen. Du jetzt nicht unbedingt einen Plan davon hast oder sowas. Das sind solche Bücher echt perfekt. Und man sagt so ziemlich, dass es so mit, ja, das beste Buch ist, um einerseits, ich sag jetzt mal, erfolgreich zu sein. Das wird aber nochmal eine andere Folge, so Erfolg, erfolgreich. Wird auch in dem Buch ein bisschen beschrieben, aber nicht so stark. Und, ja, das ist eigentlich so der Vorreiter von Napoleon, 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 Napoleon Hill, je nachdem, wie man es ausspricht, auf jeden Fall. Kann ich auch echt nur empfehlen. Da gibt es auch ein paar andere Bücher, die wiederholen sich alle ziemlich. Also egal wahrscheinlich, welches Buch ihr lest, viele Sachen von Napoleon Hill, also von dem Think and Grow Rich, wird sich darin wiederfinden. Deswegen auch heute so ein bisschen das Thema Strukturen und Tagesablauf. Du hast es noch nicht fertig gelesen, oder, René? Nee, ich habe es noch nicht fertig gelesen, so, denn ich nutze das Buch, das wird ja auch am Anfang empfohlen, so ein bisschen als Arbeitsbuch, so ein bisschen. Und wenn ich gewisse Sachen da drin für mich noch nicht abgearbeitet habe, dann möchte ich auch noch nicht zu einem gewissen Teil weitergehen, weil ich mir denke, nein, schließe das vorher ab, erledige das und dann gehe ich zum nächsten Schritt. Step by step, so gehe ich das Buch halt durch und da steht zum Beispiel halt auch in einer Phrase drin, zum Beispiel, man sollte sich zum Beispiel finanziell ein klares Ziel setzen, was man verdienen möchte. Das klingt im ersten Moment wirklich einfach, aber als ich angefangen habe, über diesen Punkt nachzudenken, habe ich mir gedacht, verdammt, das ist die beschissenste Frage, die da überhaupt drinstehen kann. Es ist schwer auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe auch schon viele Bücher vorher schon mal gelesen, was halt auch eben in die Richtung geht. Und umso mehr Bücher du, finde ich, auch liest, klar, es wiederholt sich vieles, aber du denkst auch umso mehr einfach nochmal drüber nach. Und ja, wie du sagst, sowas wie zum Beispiel, ja, du sollst dir ein Ziel setzen, wie viel du zum Beispiel verdienen willst oder wie viel im Endeffekt Puffer du haben willst. Das ist, wenn man mal ein bisschen, also ernsthaft drüber nachdenkt, ist es gar nicht so einfach. Das klingt so geil. Ja gut, Beispiel, ich will jetzt Millionär werden. Sorry. Aber du musst ja auch das Ziel irgendwie erreichen können. Und das finde ich halt dann auch extrem wichtig, einfach sich damit mal auseinanderzusetzen. Und es hat schon seinen Sinn, warum in dem Buch relativ am Anfang steht, du sollst immer nur ein Kapitel oder sowas am Tag lesen. Vielleicht auch nur ein Kapitel die Woche. Finde ich vielleicht sogar teilweise sinnvoller, einfach wenn man so ein bisschen noch in sich geht. Und deswegen auch heute so der Titel mit Strukturen und Tagesablauf. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, Benji, auch an dich mal die Frage. Hast du feste Strukturen in deinem Leben oder so? Jetzt, wenn du aufstehst, klar, du hast eine Tochter, hatten wir ja schon das Thema. Aber hast du trotzdem irgendwelche Routinen, so früh beim Aufstehen, kurz vorm Schlafen gehen oder sowas, was so für dich wichtig ist? Ja, also die Routinen sind natürlich jetzt durch meine kleine Tochter extrem vorgegeben. Also da gibt es nicht so wirklich viel Spielraum mehr. Gut, klar, ich habe jetzt einen Monat, bin ich jetzt in Elternzeit. Da ist wieder ein bisschen mehr Luft. Aber ansonsten ist es halt, man lernt halt immer dazu und wie man sich organisiert. Also meine Frau und ich, wir sind halt ein Team und wir versuchen uns alles, die Arbeitslast auch fair zu teilen. Das heißt, wir kümmern uns gleich viel ums Baby. Das ist nicht so, dass eine Frau kümmert sich um Haus und Kind und ich gehe nur arbeiten und dann komme ich nach Hause und dann steht das Essen auf dem Tisch. Sondern wir sind beide komplett gleichberechtigt. Wir kochen beide, wir machen beide die Wäsche. Wir machen beide, ja gut, es gibt ein paar Dinge, die kann ich nicht machen. Also mit der Brust füttern, es wird ein bisschen schwierig. Das sind dann halt so Dinge, die von der Natur dann auch vorgegeben sind. Aber ansonsten ist das alles sehr stark vorgegeben. Und ja, abgesehen von Arbeiten, Schlafen, Essen und sich ums Baby kümmern, habe ich im Moment auch ehrlich gesagt nicht viel. Weil es ist auch, also ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie, dass ich so noch Sport mache nebenbei oder so. Ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich früher Sport gemacht hätte und das jetzt deswegen aufgegeben habe. Ich war noch nie so derjenige, der jetzt irgendwie sowas in die Richtung gemacht hat. Zumindest nicht im Verein oder so, weil, also wenn dann privat, wenn dann bin ich halt irgendwie Inlineskaten gegangen oder Laufen gegangen oder irgendwelche solches. Oder schwimmen gegangen, Bahn schwimmen, also irgendwas habe ich halt immer so gemacht, außerhalb von Vereinen. Aber ja, dazu kommt man jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich. Und ja, mal gucken. Ich habe jetzt wieder gelesen, das erste Jahr soll das schwerste Jahr sein. Danach werden die Kleinen ja auch immer selbstständiger. Ja, man hört dann alles Mögliche von irgendwelchen anderen Eltern. Ja, das wird noch schwerer dann. Ich denke mir mal, ja, du, solange dein Kind abends um 8 Uhr einschläft und bis nächsten Tag um 7 von mir aus oder auch nur um 6 durchschläft, das ist Luxus. Das ist einfach Luxus, weil im Moment ist es dieses, dieser seit 8 Monaten hast du keinen 8 Stunden durchgängigen Schlaf. Du gehst schlafen, schläfst 4 Stunden, dann schreit das Baby, dann bist du wieder wach, dann versuchst du nochmal 2 Stunden zu schlafen, dann schreit das Baby nochmal, weil es quer gelegen hat. Das ist hart. Also das ganze Programm in Kombination mit dem Schlafmangel ist nicht ohne. Und ja, das ist, ich sag mal so, das ist für mich im Moment der Meilenstein, erstmal wieder auf diesen Zweig zu kommen, dass man wenigstens nochmal normal wieder durchschlafen kann, seine 8 Stunden Schlaf pro Tag kriegt, durchgängig. Und ab da werden wir mal weitersehen. Aber so einen richtigen, so einen richtigen Ablauf jetzt habe ich nicht. Also bis auf der halt, der fürs Baby da ist, ne. Füttern, Windeln wechseln, wieder ins Bett legen, mit dem Baby spielen. Das zähle ich jetzt mal einfach nicht so darunter unter tagtägliche, wo du jetzt, ja, für dich jetzt machst, zähle ich jetzt mal einfach nicht darüber. Nee, für mich ist einfach im Moment, nee, genau, für mich, das, was ich für mich mache, ist hier zum Beispiel Podcast. Da habe ich jetzt eine Stunde freigeschaufelt bekommen bei meiner Frau. Dann kriege ich so eine Stunde mal spontan, wo ich dann mal quasi, das ist Zeit für mich jetzt, diese Stunde Podcast. Das ist, das geht von meiner Me-Time ab, sozusagen. Und, äh, weil ja, weil meine Frau sich jetzt alleine ums Kind kümmern muss. Und als, zum Austausch dafür muss ich mich aber gleich anschließend auch eine Stunde alleine ums Kind kümmern, damit sie eine Stunde Me-Time hat. Und in ihrer Stunde Me-Time macht sie dann irgendwas, was sie entscheiden kann, was sie machen kann. Und so läuft das im Moment bei mir. Also, also, ihr seht, es ist bei jedem von uns, also bei mir und René ist es ein bisschen anders als bei Benji. Benji hat natürlich durchs Kind, ist es deutlich schwerer, Routinen umzusetzen. Und bei mir ist es momentan so, um jetzt wieder ein bisschen mehr so auf das Thema raufzukommen, ein bisschen intensiver. Ähm, ich habe mir so ein, ja, so ein Erweng, so ein Zeitplan gemacht. Erweng, bayerisch, fränkisch, keine Ahnung, ob ihr das versteht. Erweng, ein Zeitplan gemacht. Bei mir ist es momentan immer so, früh... Drachenlord lässt grüßen. Wie bitte? Ich habe nur gesagt, Drachenlord lässt grüßen. Ja, genau. Ähm, nee, bei mir ist es einfach so, ich habe gemerkt, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Struktur. Ich war früher, ich war schon immer ein organisierter Mensch, komplett auch im Freundeskreis und sowas. Wenn ich irgendwas organisieren wollte, war ich eigentlich so der Mann. Nur so eine richtig feste Struktur in meinem Leben habe ich auch nicht wirklich gehabt. Und damit fange ich jetzt auch erst so seit einem halben, dreiviertel Jahr an. Fange an, wirklich früh aufstehen, Wasser mit Zitrone. Fünf Minuten nicht ans Handy gehen, weil das ist, das ist zum Beispiel was für mich, Social Media und sowas, das ist, wisst ihr alle, es wird auch nochmal ein extra Thema geben hier im Podcast auf jeden Fall dazu, ist einfach eine Sucht. Und ich zähle mich da auch ein bisschen zum Thema, ich bin Social Media süchtig und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, die ersten fünf Minuten frühmorgens sind Handy frei. Erstmal aufstehen, Wasser mit Zitrone machen, ist für mich immer noch, weil wir das Thema Sucht schon mal hatten, auch mit Social Media natürlich, und auch, dass ich keinen Kaffee mehr trinke, ist es für mich perfekte Alternative. Wieso starte ich erstmal den Tag? Fünf Minuten Ruhe, ich will einfach nichts von irgendwas hören, damit ich erstmal so für mich erstmal ein bisschen klarkomme. Dann klingt jetzt vielleicht wieder, manche werden drüber lachen, habe ich mir auch schon vor, ich glaube einem halben Jahr, einerseits Glaubenssätze aufgeschrieben, die ich für mich habe, die weiß aber auch nur ich, wo sie stehen, weil es geht ja auch keinem was an, das sind Glaubenssätze für dich, die sollen dir was bedeuten und sowas. Steht übrigens auch so in vielen Büchern, ich weiß jetzt nicht, ob in dem Think and Grow Rich auch drinsteht, so weit bin ich noch nicht, aber finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt und natürlich auch sowas wie Ziele. Das sind so die Dinge, die lese ich mir oder ich versuche es jeden Morgen, mir die einmal durchzulesen, damit ich weiß, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, das ist so mein Ziel für die nächsten Wochen, Monate oder für den heutigen Tag, meine Ziele will ich angehen und versuche das auch dann so im Tagesablauf oder so vielleicht abends dann auch nochmal durchzulesen. Also das sind so meine Strukturen, natürlich fängt es dann an, früh YouTube-Video, dann noch eine Analyse für Kryptoguru schreiben und sowas, schreibt mir auch so meinen Tagesablauf, aber ich versuche wirklich jeden Tag so gut es geht zu strukturieren und auch für mich, wie gesagt, mit den Glaubenssätzen, mit den Vorsätzen für das ganze Jahr dadurch auch meine Ziele im Endeffekt zu erreichen. Und ich habe auch selber, ich habe das früher, glaube ich, sehr, sehr belächelt, weil ich meine, du hörst, ob es auf YouTube ist oder ob es auf TikTok oder Instagram ist, du siehst dann immer diese Videos, ja, glaub an dich und du wirst es schaffen und sowas. Es stimmt natürlich, ich habe das früher, wie gesagt, ein bisschen belächelt, weil ich es einfach lächerlich fand, aber wenn du ein Ziel hast, wenn du dein Ziel verwirklichen willst, finde ich das auch wirklich extrem wichtig. Das klingt auf den ersten Blick oder hört sich auf den ersten Blick vielleicht affig an, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich war selber einer, der das absolut, ja, ins Lächerliche gezogen hat, wenn du solche Videos überall siehst auf irgendwelchen Plattformen. Aber wenn du dann dir selber was aufbaust, schon seit zwei, drei Jahren oder auch Ziele hast, dann realisierst du erst mal, wie wichtig das ist, damit du auch an deinem Ziel, ja, sag ich mal, dran bleibst. Weil es gibt immer, ja, Wege oder, sag ich mal, Hürden in deinem Leben, wo dich dann aufhalten und sagen, oh nee, scheiße, kann nicht sein, dass du das Ziel nicht erreichst und sowas. Aber genau dann, und das ist eben auch so der viele Kontext aus vielen Büchern, der aber nicht so direkt drin steht wahrscheinlich, musst du einfach weiter, sag ich mal, dranbleiben. Und deswegen sind für mich so Strukturen oder so dieser geregelte Tagesablauf extrem wichtig, einfach so seit, ich sag's mal, einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich das wirklich 1a durchziehe und dann halt eben auch durch solche Bücher dann halt eben auch immer noch ein bisschen verstärkt für mich selber aufnehmen. Das ist auch mega interessant mit diesen Büchern und wie sich das alles so unterschiedlich verhält. Jeder von uns, naja, nicht jeder von uns, aber wir kommen aus einem anderen Alter, aus einer anderen Situation und wie sich das bei Menschen unterschiedlich entwickelt. Bei mir waren es frühe Strukturen zum Beispiel, okay, regelmäßig Schule, danach zum Sport, zum Badminton. So, und dann hieß es ja auch, okay, Leistung erbringt, weil warum mache ich das ansonsten so? Ehrgeiz braucht man natürlich auch. Und man muss auch den Ehrgeiz entwickeln in Kombination mit seinen Routinen halt, dass man sich quasi auch drauf freut. Ja, ich hab ein Ziel, ich will das und das und das erreichen und dafür will ich kämpfen und weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und jetzt ändern sich diese Strukturen natürlich. Und ich persönlich merke zum Beispiel, mir fehlt diese Struktursport im Vergleich zum Frühjahr halt natürlich auch dieser Wettkampfergeiz dazu. Und mein persönliches Ziel ist es aktuell zum Beispiel, wenn man das auch nochmal so mit dem Bereich Struktur in Verbindung bringen kann, morgens routinemäßig aufzustehen, Sport zu machen und dann an den Rechner zu gehen. Aktuell die letzten zwei, drei Tage hat es persönlich bei mir nicht geklappt. Das ärgert mich natürlich ein bisschen, aber man darf sich da dann auch nicht so lange böse sein, sondern ein Prozent jeden Tag besser werden, reicht. Und dann Struktur aufstehen, Sport machen, an den Rechner sitzen, arbeiten, nachmittags ein bisschen Zeit mit Familie, abends wieder am Rechner streamen und feiern. Und dadurch kommt man halt so ein bisschen Step by Step in seine Routine und jeder muss da ja auch so seinen eigenen Weg, sag ich mal, finden. Es gibt dann natürlich auch Unterschiede mit der Variable, man hat ein Kind, was immer schreit, dann kann man das nicht immer so ideal anpassen, aber dennoch ist es einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man klare Strukturen hat, wie es in dem Buch halt natürlich auch beschrieben wird. Ja, ich gucke hier gerade, ich habe, es gibt ganz viele, die Million-Dollar-Morgen-Routine und ich hatte mir vor langer Zeit tatsächlich mal so ein Screenshot davon abgespeichert und die wichtigsten Punkte, die, glaube ich, in allen Bildern, die ich jetzt gerade gefunden habe, auch in dem, was ich damals mir abgespeichert hatte, vorkommen, ist früh aufstehen, sofort aufstehen. Das ist wichtig, nicht erst, ach, noch fünf Minuten, noch fünf Minuten, sondern wenn der Wecker klingelt, sofort raus aus den Federn, kein Handy, steht hier auch, ganz wichtig, dann beten, meditieren, also je nachdem, ist man gläubig oder nicht, kann man beten oder man meditiert, einfach in sich gehen, nachdenken, den Körper, den Geist freimachen von Gedanken, 15 Minuten Sport, HIIT, also High Intensity Cardio ist das, also, und dann eine Wechseldusche, warm, kalt, gesundes Frühstück, drei Tagesziele setzen und anfangen zu arbeiten. Finde ich jetzt so auf den ersten Dingen gar nicht so schlecht, vor allem das eben mit dem Direktaufstehen, weil sonst wirst du eventuell wieder müde, wobei es jetzt auch nicht unbedingt top ist, wenn du dir, wenn man mit dem Wecker aufsteht, das soll jetzt auch nicht, weil der Körper ja dann im Endeffekt aus dem Tiefschlaf möglicherweise gerissen wird, aber das vor allem ohne Handy, finde ich halt extrem wichtig, weil jeder weiß, Handy hat im Endeffekt auch Blaulicht, was da im Hintergrund läuft, klar, man kann es abschalten, trotzdem sind die Strahlen vor allem, wenn du früh aufstehst und dann direkt Handy, Fernseher oder sowas, es ist einfach nicht gut und das merkst du dann auch oder kann möglicherweise dann auch im Endeffekt ein bisschen Auswirkungen auch ein bisschen so auf Motivation und auf deinen Tagesablauf haben, aber das, was du jetzt auf die Schnelle gefunden hast, ist so ziemlich schon mal so mit der Anfang, wo du eigentlich relativ einfach, finde ich, beginnen kannst. Das sind kleine Steps, nur wenn du aufstehst, dass du dann sagst, okay, ich stehe dann gleich auf, dann bist du schon mal motiviert, weil du denkst, okay, ich stehe gleich auf, nee, ich lege mich jetzt nicht nochmal fünf Minuten hin und sowas. Genau. Kein Handy, du bist fitter, einfach, kann ich bezeugen, ist einfach so. Ja. Was stand dann noch? Sport machen? Je nachdem, ob es geht. Beten, meditieren. Ja gut, ja gut, Meditation. Ja, das passt auch wieder zu Napoleon Hill zum Beispiel. Morgens seine Ziele einmal durchgehen, zweimal täglich. Morgens nach dem Aufstehen in sich gehen, was will ich erreichen, was sind meine Ziele, wo will ich hin? Musst ja nicht mal meditieren oder so, wobei ich das auch schon mal, klingt jetzt auch, es klingt echt teilweise so Dinger, wenn du das so in der Öffentlichkeit sagst, ja, meditieren und sowas, klingt irgendwie, ich habe mich da früher voll lustig drüber gemacht, aber das ist auch sowas, was ich gerne mal ausprobieren würde. Also ich habe einen Teamleiter, also beziehungsweise der ist mittlerweile nicht nur Teamleiter, sondern der ist schon Bereichsleiter jetzt geworden auch, der legt da sehr viel Wert drauf auf Meditation und der hat sogar bei uns in der Firma so eine Gruppe ins Leben gerufen für alle Mitarbeiter, die da morgens mitmachen wollen, um zu meditieren und das hilft halt, den Geist mal freizukriegen, weil, Stichwort Digital Detox, also das ist ja einfach diese ganzen Einflüsse, die heutzutage auf einen einprasseln, es ist halt nun mal so, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo du morgens die Zeitung gelesen hast und dann warst du irgendwann fertig, dann war die Zeitung vorbei und dann hast du alles gelesen, was es zu lesen gab an dem Tag. Du hast so viel Informationen, die jeden Tag auf dich einprasseln durch diese Vernetztheit, durch das Internet und alles. Du kannst im Prinzip unendlich viel jeden Tag lesen oder Videomaterial schauen, Nachrichten, alles Mögliche. Es ist der ziemliche Hammer eigentlich und du musst damit umgehen können. Meiner Meinung nach ist es die Herausforderung unserer Zeit, dass man wirklich anfängt zu filtern und eben den ganzen Quatsch und den ganzen Schwachsinn nicht mehr so an sich ranlässt und versucht, knallhart auszufiltern und zu sagen, ne, hier, bis dahin, jetzt lese ich eine halbe Stunde und ich suche mir gezielt aus, was ich lese. Ich kenne das auch von mir selber, also man verfällt unheimlich leicht in dieses, man schaut mal kurz auf Reddit, also ich bin jetzt zum Beispiel, was Social Media angeht, bin ich eigentlich nur auf Reddit unterwegs, ansonsten mache ich gar kein Social Media und dann liest du halt was, was extrem interessant ist und dann kommst du von Höchstchen auf Stöchstchen, dann fängst du an, die Kommentare durchzulesen und dann ist auf einmal eine Stunde vorbei. Ja. Das muss ich zugeben und das sagt dann halt auch meine Frau, die sagt dann auch, ja, in dieser Stunde hättest du jetzt zum Beispiel auch was anderes machen können, aber du hast dich ja jetzt selber dazu entschieden, wieder eine Stunde am Handy zu verlieren und auf der einen Seite muss ich ihr da recht geben, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ja, aber das ist zum Beispiel, sowas kannst du dir, glaube ich, auch, ja, auch als Ziel oder sowas machen, so mit Tagesstruktur, okay, du sagst jetzt, okay, da habe ich jetzt gut bei dir, wie gesagt, mit Kind ist das nochmal was anderes, aber kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt heute zwischen 16 und 17 Uhr nichts vor, okay, dann gönne ich mir jetzt einfach mal die Stunde Handy, dagegen spricht ja auch nichts dagegen oder so Social Media mäßig, nur, ich würde das Thema jetzt nicht, Das muss in einem gewissen Rahmen bleiben. Wenn es im gewissen Rahmen bleibt, nur, ich würde dieses Thema jetzt nicht zu weit raustun, weil das die nächste Folge auf jeden Fall wird mit Social Media, bevor wir da jetzt zu ausarten, weil ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Deswegen gehen wir wieder ein bisschen rüber zu den Strukturen, aber es passt auch gut dazu, weil man ja im Endeffekt teilweise auch halt dadurch abgelenkt wird. Ja, es ist halt ein Struktur-Breaker, würde ich mal sagen. Also bei mir zumindest, das gebe ich mal ganz ehrlich zu. Sollen wir an der Stelle nicht einfach eben den Cut machen, direkt als Überleitung zu Social Media? Nee, wir machen das als extra Folge. Wir machen jetzt das Thema, wir sind eh schon ziemlich durch, beziehungsweise ist die Folge schon wieder lang genug. Und wir machen dann auf jeden Fall als nächstes Social Media, weil das war auch nämlich ein öfterer Wunsch, den ich schon gelesen habe, auch von draußen. Deswegen machen wir das auf jeden Fall zur nächsten Folge, weil wir jetzt eben ja auch schon durch dieses Thema Strukturen und sowas da auch schon ein bisschen mit reinkommen, weil das natürlich auch, wie gesagt, so ein kleiner Breaker sein kann, was euch davon wieder ein bisschen ablenkt. Aber um jetzt vielleicht wieder auf das Thema so zurückzukommen, findet ihr es generell wichtig, dass man sowas hat? Vor allem, sag ich jetzt mal, in jüngeren Jahren oder ist es altersunabhängig? Ich denke, es ist altersunabhängig, definitiv. So klare Strukturen sind für einen doch wichtig. Also der Witz ist halt, ich hatte halt... Damit arbeiten ja auch, sag ich mal, psychologische Fernsehtricks so ein bisschen dieselben Serien zu den selben Uhrzeiten immer zur selben Zeit. Menschen lieben Strukturen. Also muss man sich seine eigene Tagesstruktur bauen, die man selber liebt. Ja, wobei heute gibt es Netflix, da brauchst du keine Serie mehr zu deiner Zeit. Theoretisch, ja. Aber was man vielleicht auch dazu... Da kommt der Suchtfaktor. Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, was auch, sag ich jetzt mal, wissenschaftlich bestätigt ist, für alle, die jetzt da draußen jetzt diese Folge hören und sagen, ey, okay, ich fange es vielleicht auch mal an, versuch mir vielleicht mal zwei, drei Sachen oder so, ihr müsst da nicht jetzt euren kompletten Tag zu strukturieren, darum geht es nicht. Aber einfach so Strukturen in euren Tag integrieren, wo ihr wisst, okay, das kann ich jeden Morgen machen, jeden Abend vor dem Bett gehen zum Beispiel und dann probiert es einfach mal. Aber diese Routinen, man kann dazu dann auch schon irgendwann, wenn es Routinen, also du versuchst dir eine Struktur aufzubauen, du versuchst dir einen geregelten Tagesablauf aufzubauen und diese Strukturen dauern 21 bis 28 Tage, bis du die im Kopf hast und dann wirklich auswendig auch hast. Das ist einfach so, das wird auch in jedem Buch geschrieben und bei mir hat es auch, ich glaube, bei mir hat es sogar länger gedauert. Also vor allem, wenn du dann diese Glaubenssätze und sowas oder auch mal so für dich einfach so durch den Kopf durchgehst, hat es echt ewig gedauert, bis du das mal wirklich so in deinem Kopf hast und dann auch mal wirklich drüber nachdenkst, so okay, das sind vielleicht auch jetzt meine Ziele und sowas, die will ich erreichen und da auch immer wieder dran denkst. Und sowas dauert theoretisch 21 bis 28 Tage. Ich bin ehrlich, bei mir hat es 5, 6 Wochen gedauert, bis sich solche Routinen dann auch mal wirklich einstellen. Aber ich finde es extrem wichtig. Und Benji, hast du schon Glaubenssätze oder sowas, René? Ja. Hast du welche, Benji? Glaubenssätze? Ja, oder irgendwas, wo du sagst, okay, das kann dich motivieren oder sowas. Was heißt Glaubenssatz an der Stelle? Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber Glaubenssatz an der Stelle, ein paar davon muss ich mir noch anfertigen. Das Ding ist für mich noch nicht komplett, aber was mir persönlich sehr, sehr viel hilft, ist zum Beispiel, was in Napoleon Hill auch geschrieben wird, denk nach und werde reich, die Formel für Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, wie weit du bist, Manu, aber ich finde diese Stelle enorm interessant. So, ich habe das Ding komplett auswendig gelernt. So, ich gehe noch nicht immer alles durch, aber ich kann alles auswendig, weil mir gewisse Passagen manchmal stellenweise noch fehlen. Aber das ist mega, mega geil. So, wenn du das regelmäßig durchgehst, du hast wirklich das Gefühl, selbst wenn es nur diese paar Passagen sind, weil die schon fertig abgeschlossen sind, weil du die so ein bisschen abgearbeitet hast, du hast das Gefühl, dir geht es besser und besser und besser. So, auch positivierenden Erfolg, so Stress prallt stellenweise einfach so ein bisschen ab. Wenn du das zwischendurch immer wieder im Kopf durchgehst, sei es, keine Ahnung, du gehst mal eine rauchen, sei es du gehst irgendwo spazieren, sei es auch mal still mit deiner Freundin einfach nebenbei und du ratterst das einfach nebenbei in deinem Kopf durch. Ist es richtig witzig, wie strukturiert deine Gedanken dann stellenweise sind? Oder du gehst aufs Klo, da haben wir diese Verbindung mal wieder zur Social Media. Ist jetzt witzig. Witziges Beispiel an der Stelle, klar. Aber witziges Beispiel. Wie viele von euch sitzen zu Hause auf Verschüsse mit dem Handy? Und wie lange? Und dann das Ganze mal tracken. Ich meine, auf der Arbeitszeit ist okay. Ich will jetzt niemanden hierzu irgendwas anstiften, aber wir können mathematische Rechnungen machen, wie viel Urlaub man dadurch hat. Ja, so jeder kennt das Ganze sicher so ein bisschen. Aber stattdessen dann auf dem Handy durchzuswipen, einfach zwei, dreimal sein Stuff im Kopf durchgehen oder so als Routine. Okay, das nimmst du dir an Routine und dann weiter geht's. Flupp, dann verschwendest du zum Beispiel da auch nicht so viel Zeit auf Social Media. Und man entwickelt da auch wieder eine Routine und festigt Sachen. Ja, finde ich gut. Ja, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Manu, ich glaube, ich habe solche Glaubenssätze nicht, zumindest nicht. Also du darfst jetzt Glaubenssätze nicht so tiefgründig oder so. Es geht vielleicht auch so eher um so Motivationsdinger oder sowas. Du meinst so Richtlinien, so wonach ich. Mentale Strukturen. Ja, so mentale Strukturen oder so, wo du weißt, okay, du liest das jetzt durch, du fühlst dich besser, beispielsweise. Ich habe jetzt so ein Buch noch nie gelesen und ich mache mir da jetzt vielleicht auch nicht so die strukturierten Gedanken wie ihr vielleicht, weiß ich nicht. Also ich glaube zumindest nicht. Aber was ich mal, was ich tatsächlich regelmäßig mache, ist, dass ich, wenn ich irgendwie eine Meinung zu einem Thema habe, zum Beispiel auf der Arbeit, was vielleicht nicht ganz so einfach ist, was kontrovers ist, wo nicht jeder unbedingt Hurra schreit, wenn man dieses Thema anschneidet, dass ich mir zum Beispiel Monologe führe, also dass ich laut mit mir selbst rede, natürlich, wenn keiner zuguckt, um zu üben, wie ich das am besten ausdrücken kann, wie ich auf der Arbeit dann zum Beispiel meinem Chef oder dem Chef von meinem Chef gegenüber treten kann und ihm kommunizieren kann, dass an der und der Stelle irgendwas falsch läuft und was man da eventuell machen könnte, um das zu verbessern. Und da, solche Sachen übe ich dann so für mich selbst, weil ich dann häufig, wenn ich dann vor dem Chef stehe, ich weiß nicht, ob das einer von euch auch kennt, aber man nimmt sich irgendwas vor, man will irgendwas sagen, man steht dann davor und dann plötzlich fehlen einem die Worte oder man hat komplett vergessen, was man eigentlich sagen wollte. Mir ist früher auch so. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so, aber das ist auch so was, das ist so antrainiert-mäßig. Hat natürlich auch was mit Selbstbewusstsein und sowas zu tun. Ist auch sehr, sehr mutig, über sowas mal zu sprechen, muss man an der Stelle auch mal dazu sagen. Denn viele kehren dann so für in sich, bleiben so ein bisschen für sich, suchen sich so keine Lösung, gräben sich und verkriechen sich dann immer in ihr Loch zurück. Und du gehst hin und suchst dir so deine Lösungswege, wie du das Ganze durchgehst. Finde ich sehr, sehr stark. Finde ich super, muss man an der Stelle mal sagen. Ja, danke. Meine Mutter macht das auch. Früher habe ich mir auch immer gedacht, hä, was soll der Blödsinn denn so ein bisschen? Aber auf anderen Ebenen, in anderen Bereichen kann ich sowas nachvollziehen. Wir machen das ja quasi vergleichsweise auch, wir gehen unsere mentalen Strukturen einfach im Kopf durch und du gehst das Ganze so durch, um gewisse Situationen zu bewältigen. Das sieht man auch in der Psychologie, diesen Vergleich, dass man sich immer wieder Strukturen aufbaut, um gewisse Schemata und Muster zu bewältigen quasi. Angst vor Spinnen und so weiter. Man geht immer näher ran und keine Ahnung, hat Erfolgserlebnisse. Dadurch baut man sich ja auch seine Strukturen. Ja, dadurch bekämpft man ja dann gewisse Regionen wahrscheinlich, die sich im Hirn so festgesetzt haben. Weil im Grunde genommen basieren wir ja alle auf Chemie. Es werden irgendwelche Chemikalien im Körper ausgeschüttet, die dann irgendwelche Gefühle in unserem Bauch oder in unserem Kopf hervorrufen. Und das geht ja teilweise so weit, dass wenn da was nicht stimmt bei jemandem, dass der dann durch Medikamente das blocken oder umgehen kann. Also ja, das ist definitiv eine spannende Sache. Würdest du jetzt so zu Abschluss, René und ich haben ja so unsere Routinen. Würdest du sagen, du könntest jetzt so nach dem Podcast dir vielleicht eine Routine oder sowas angewöhnen? So jetzt einfach mal so für dich und wir fragen dich in der nächsten Aufnahmesession, fragen wir dich einfach nochmal. Also ich hab ... Du musst uns auch nicht sagen was. Nur so nach der Podcast-Folge irgendwann mal, wenn die nächste Aufnahmesession ist oder sowas, fragen wir dich einfach mal so, hast du jetzt für dich was gefunden? Du musst jetzt nichts jetzt sagen. Einfach nur so. Würde mich einfach interessieren, ob du Bock drauf hättest. Ja, Bock hab ich auf jeden Fall drauf. Also ... Okay, ihr habt's gehört alle. Bagu versucht's. Und ja, ich glaub, wir müssen das jetzt auch nicht noch länger, weil wir wollen ja noch die andere ... Ich hab jetzt richtig Bock auf diese andere Folge. Eine ganz kurze Sache wollte ich einschmeißen. Und zwar, wo du eben gefragt hast, ob das altersabhängig ist oder so. Da wollte ich nur sagen, witzigerweise, dadurch, dass ich doch recht strenge Eltern hatte, hatte ich als Kind wesentlich mehr geregelten Tagesablauf und eine geregelte Routine, als ich das jetzt habe. Weil ich jetzt keinen mehr hab, der mir sagt, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Das ist das, was René am Anfang auch meinte. Man muss es halt selber machen. Und das ist tatsächlich wesentlich schwieriger, als wenn man einen Papa hat, der darauf aufpasst, dass man zu geregelten Uhrzeiten gewisse Dinge tut. Und ich hätte jetzt sagen, dass ich gar keine Routine hab. Ich meine, ich steh auch morgens auf, putz mir die Zähne, geh frühstücken. Das ist schon eine gewisse Routine auch. Aber bis auf diese Basics, also jetzt, dass da irgendwie noch so Sport oder so was dazwischen wäre, das geht halt im Moment auch einfach. Ist einfach zeitlich im Moment. oder vielleicht stelle ich mich an. Ich weiß es nicht. Ich müsste es mal gucken. Aber es ist schwierig. Probier es einfach aus. Wir fragen dich dann so, vielleicht nächste oder übernächste Aufnahmesession, dann, wenn du es nicht erwartest. Und dann fragen wir dich nochmal. Auf jeden Fall. War es wieder, es ist schon wieder eine lange Folge geworden. Es ist unglaublich. Wir nehmen uns übrigens hier immer vor, wir haben eine eigene Gruppe noch in Telegram, wo wir uns immer ein bisschen unterhalten. Wir nehmen uns immer vor. Jetzt hör auf zu labern und nächste Runde wieder. Ja, wir nehmen es gleich auf. Ich wollte mich halt noch verabschieden. Danke. Ciao. Nee, also ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gut gefallen. Und vielleicht kriegen wir das nächste Mal hin, dass jemand anderes den Entry macht. Gell, Benji? Nee, Spaß. Vielleicht kommt da jetzt dann noch so ein kleines Outro. Vielleicht kommt da noch so ein kleines Outro, wie so unser erster Versuch war. Egal. Auf jeden Fall hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like, Abo, ein Kommentar unter dem Podcast. Keine Ahnung, ob das geht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber gerne auf jeden Fall liken auf Apple, Spotify und auf YouTube. Würden wir uns riesig drüber freuen. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen, heute hat das letzte Wort mal René. Hallo René und bis zum nächsten Mal. Tschüss.